Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon Story Cybersmooth mit mir DF und ja wir sortieren uns erstmal unsere Digimon. Der Pumpkinmon kommt natürlich nach vorne. Ich könnte natürlich jetzt erstmal paar Ultra Level nach vorne tun. Könnte ich machen, damit die Kammeratschaft und den ganzen Rotz kriegen. Aber die kriegen ja ihre Kammeratschaft braucht, glaube ich, keiner von denen so wirklich. Und die kriegen ja alle ihr Zeugs sowieso. Ich versuche, ich gucke nur noch mal kurz, tut mir leid, weil ich nicht mehr weiß, welcher der meiner Mega Level sich noch mal weiter digitiert ohne DNA-Digitation. Das weiß ich. Du warst, glaube ich. Ja, du. Ja, der Angriff ist ganz schön hoch. Also das, was wir haben, brauchen. Die TP ist auch gar nicht mal ohne. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Das war Shangri-Mon dann anscheinend, weil das ist ohne DNA-Digitation. Das ist mit Breakdramon. Ich weiß nicht, ob wir schon mal einen Breakdramon hatten. Ich kann mich da nur daran erinnern. Ich weiß auch nicht mal, was ein Breakdramon ist, um ehrlich zu sein. Ich kann mich halt nur daran erinnern, wenn wir das schon mal hatten oder schon mal gesehen haben. Äh, warte. Äh, geh auf ihn hier. Es tut mir leid, dass wir so lange mit angewandten Kyloman rumgeeiert haben und dann am Ende des Tages nicht wirklich was geiles rausbekommen haben. Ähm. Noch mal schwerer Schlag. Auf Gigadramon. Das tut mir so leid und das geht mir selbst so auf den Keks, dass ich so lange da hingearbeitet habe. Da hätte ich aber auch daran denken können, dass ich Fähigkeiten brauche für das Mega Level. Äh, die Fähigkeitspunkte. Aber irgendwie habe ich... Wieso mache ich das? Also voll die Verschwendung. Komm mal drauf. Und du hast auch drauf geile Mond. Ja, das, äh, da hätte ich dran denken können. Habe ich aber nicht. Und ich habe auch irgendwie damit gerechnet, dass man, wenn man digitiert, dass man beide Digimon dann wieder bekommt. Aber da habe ich anscheinend... Naja. Falsch gerechnet. Warte, sechs. Oh, hallo, extra Morgen. Wie siehst du denn aus? Wie sieht das ganz schönste Fresse aus bei den Schrägern? Decker! Ha, alle war Hansog da jo! Aんな noga avaretaしたra... Ah! Thelamon ist da. Rauda, Nightamon. Also los! habe ich Angst dass die beiden dabei sind wo ich dahin gehe und ich mal ob hier irgendwas muss ich jetzt gegen kristallemann oder gegen examen kämpfen den 1 von beiden wahrscheinlich auch ein mega level das unterteiltige monos fräulein rie ja nee ist klar ja ja ich werde gerade einen yuko hat ja noch nicht gesehen weil sie ja da irgendwie beschäftigt war in herrscher des neidmanns entstand aus einer gewöhnenden virus typ ich weiß nicht weiblich oder männlich ist ich sage aber weiblich auch wenn sie in den untertitel männlich sagen wo hat sie die blume herr weil sie hat auch eine weibliche stimme und so alles deswegen was nützt diese forschung wenn du die welt vernichten willst das digitale gericht was ja aber du hast doch mit geholfen die verschläger zu erstellen damit das tor geöffnet werden kann du bist doch auch irgendwie schuld also mehr schuld also 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 nicht von einfach an schuld aber du hast auch schuld so so Musik Äh, es war irgendwie klar, dass das so war. Hey, Eggzaman. Geht's? Ich geh jetzt. Ich geh jetzt nicht mehr, dass ihr das Problem habt. Okay, so einfach ist das nicht. Da sind sie. Ich glaube, wir haben alle die Worte. Ich habe die Sprache zu hören. Ich möchte die Kraft, dass wir die Kraft werden. Wir werden die Kraft werden. Die Dina hat auch die Welt interessiert. Ich kann es nicht verletzen. Ich glaube ich das nicht, den Omni-One. Ach, hat er? Ja. Habe ich mit? Gegen Eckermann also. Ja, das ist niedlich. Ich bin klein. Das tut weh. Äh, ich bin verwirrt. Wo ist mein... Ah, da ist mein... Oh, Reomon. Oh, Reomon. Oh, Reomon hat ganz schön auf den Sack bekommen. Äh... Ich glaube ich nehme auch Reomon raus. Äh... Und... Au... Virus hier rein. Ja, dann machen wir ihr Beschlag. Ach, leilige Scheiße. Äh... Gehen... ...Groon mit Tartivano-Mon und... ...Groon-Dromon. Vielleicht ist das besser so. Ich bin mir aber nicht... ...hundertprozent sicher. Ich bin auch gerade nicht sicher, ob ich... ...Groon-Dromon Attacken gegeben habe. Oder... ...Items. In dem Falle. Irgendwas stärkeres. Ne, ich mach den ihr Beschlag. Hey! Obwohl, der kostet sehr viel MP. Ich mach glaube ich nachvolle Bombe. Wolke. Danke für's Heilen. Wenn du SP heilen würdest, das wäre super. Ja, ich hab dir keine Attacken gegeben. Ja. Ich hab dir keine Attacken gegeben, mein Freund. Äh... Deswegen... ...wechsele ich dich mal... ...Groon-Dromon aus... ...Groon-Dromon... ...Groon-Dromon-Dromon-Dromon-Dromon-Dromon-Dromon-Dromon-Dromon-Dromon-Dromon-Dromon. Sehr Intelligent. ...Chera-Heron-Dromon oder Pompon-Dromon, wir wollen den Pomponon-Dromon rein. Da habe ich mich sehr gut vorbereitet, ne? Und so, probieren wir mal. Wir haben glaube ich nicht elektrisch ist, weil er ist Wind, soweit ich das sehen kann. Oder vielleicht Licht, das kann ich so schlecht auseinanderhalten. Aber die Farben kann ich echt schlecht auseinanderhalten, muss ich ehrlich mal so sagen. Wind und Licht. Mit Magnamon, der Job, okay, ähm, Mitnama, oder lieber heilen auf Pumpkinmon. Okay, ähm, oh, ich hab doch elektrische Sachen. Ja, das geht glaube ich auch durch die Verteidigung durch, ja, wunderherrlich. Okay. Ich hab mir schon gedacht, dass wir nicht gewinnen müssen. Wir müssen nur lange genug aushalten. Ex-Kamon kommt, ja, es fliegt weg. Sobald ist gut. Arata? Wer? Lass Galantmon in Ruhe. Nicht Galantmon. Oh nein, Arata macht das nicht. Er hat Galantmon absorbiert. Ja, das ist glaube ich ein bisschen zu tief für dich gewesen. Ja, wir haben einen Roaring Knight verloren gerade. Das ist nicht gut. Wieso brauchst du machen? Ich dachte, du wolltest das In-Syndrom heilen. Was ist los mit dir? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey, was ist das? Warum wurde das so? Was ist das? 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 Das sind halt nicht seine Beweggründe. Er ist nicht gut. Wir waren zu schwach. Ähm, wenn man es so sagen will. Wollen wir mal die digitale Welle lahmlegen? Das ist nicht so. Jetzt können wir mal die EG-Zamon. Und wir können die EG-Zamon auch ein paar Bugs machen. Wenn wir die EG-Zamon nicht mehr machen, wenn wir die EG-Zamon nicht mehr brauchen, dann können wir die EG-Zamon nicht mehr machen. Und wir können die EG-Zamon nicht mehr ausführen. Aber wir müssen das nicht mehr machen. Das ist, dass Kyoko das. Ihr seht das alles ein bisschen zu einfach, gerade ist es Kacke am Dampfen. Lieber nicht. Ich, nein, ich bin so davon. Ichffend mich nicht, aber ich mache es nicht darauf, aber ich mache es uns. Das war die Digital Wave-Wave-Wave-Wave-Wave. come же私が行きます私に行かせてください エグザモン戦で消耗したオメガモンたちの 回復を待ちつつ 確かな情報收集した後 行動するのが特策だが その賢幕では止めても無駄か ユーゴとして活動していた 君の能力の高さは今更疑うべくもない 今後の作戦においても Es ist eine große Herausforderung. Aber hier ist es nur ein einziges Verletz. Sie können sich mit ihren Freunden bewegen. Ja... Es ist gut. Es ist eine große Herausforderung. 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 Das war's für mich. Ich werde ihr folgen wie ein Spülhund. Ich werde an ihren Kleben wie eine Kletter. Ich werde alle ihre Geheimnisse aufdecken. Gut, ich werde ihr folgen wie ein Spülhund. War nur ein Scherz. Hm, ich bin irgendwie ein Gefühl, dass ich mich nicht mehr fühle. Erstens, ich muss mich, dass du dich relaxieren kannst. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, Tee? Was ist das? Ich muss aufhören. Ich habe einen Termin. Okay, jetzt ist es geschafft. Ich werde das hören. sie ist hier an das ist die richtige einstellung du bist unbedingt los oder hast willst du nach der schule machen das solltest du dir mal überlegen klar früher oder später ich glaube es gibt da was was ich tun will meine die mann angeschlagen aber nicht allzu sehr ich sollte die mal sortieren und dann ist das schon wieder 5 warte ich wollte noch schnell gucken ob wir vielleicht neue fälle haben ich denke mal nicht aber man kann ja mal gucken wir haben vier neue fälle haben es frei frieren dauerprallen nicht genug essen das ist doch der datamon entwickelt medizin das können wir später machen ich habe echt gerade keine lust auf fälle sondern ich will den haupt die hauptkosten wenn der hacker da weg ist dann kümmert er durch oder nicht ob wir nicht mal verschwinde ok ich habe etwas falsch interpretiert anscheinend ich frage was los ist was los dass ich um sie kümmern dass sie nicht aus dem auge ich dachte wir müssen zu können 5 weiß ich mal dass du dich das kipp treffen du solltest du wirklich nicht lange allein hast du stellst du erst neben den kalun hier wenn du nicht wieder für es kommt ruhig zu mir aufgeben muss zur ersten ebene woher soll ich das wissen die sondern sagen wir gehen zum charakterpark oder wir gehen zur ersten ebene funktionen und ich sagen ja in der dritten ebene von kolum da müssen wir hin und dann versuche ich da natürlich hinzugehen ich weiß auch immer noch nicht ob es wirklich ausgesprochen wird weil ich habe keine ahnung wie man das sonst aussprechen sollte wahrscheinlich eher japanisch aber so nicht wie ok erste ebene aber hier ist ja niemand erst mal in dem pünktlich viel zu spät warst du denn so lange takumi aber am treffpunkt gewartet aber nachdem du nicht gekommen bist bin ich weiter zur fünften ebene in kalun bitte kommen sobald wie möglich zu mir wir waren dann doch ich kündig mit dir gehen bitte beschütze juku für mich lass das mir ich speichere mal so wir haben nicht wirklich viel gekämpft deswegen also wir haben noch mal einen kampf gemacht in der ganzen aufnahme deswegen gucke ich auch gar nicht nach ob wir digitieren können jetzt dürfte der blut weg sein was findet du mit scheiße dass ich das erst triggern muss hier im ausspalt was für ein hirnloser quatsch seit ewigkeiten sind wir wieder unterwegs und ich denke mal das wird genauso aussehen wie überall anders ja einfach blau blaus gedülms hallo kommst du dich rein wie immer heißt mir die einfach ein ja das solltest du ja chill mal deine nuggels alles das ist alles schlecht oh ist sie nett aber ich dachte wir werden irgendwie freuen ok dann nicht das sehr sehr nett wieso reden wir gerade über freundschaft und so einen scheiß das ist doch das ist doch oder ja da ist er eng Genau. S...Suedo...San? Du musst du da, bis dahin? Wir wissen alle, dass du dein Gesicht kennengelernt hast. Was? Du bist? Du bist? Du bist du? Du bist du? Du bist du von Arata? Ich habe von diesen Leuten gehört. Du bist du? Was ist das? Was will er mit dieser Macht? 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 Was will er mit dieser Macht?